und runter ist das ein ballrock vielleicht das wäre geil danke ausruhen hey nee das brauchen wir nicht ausgeruht haben wir uns genug es geht aber weiter mit diesen stacheln okay ich schätze mal hier kriegen wir jetzt die den enter haken keine ahnung whatever okay die explodieren also weg gehen wenn sie sterben ja man muss die immer zweimal töten alle toll super einfall ja kriegen wir hin kriegen wir hin natürlich ist irgendwie duzt die rollen hallo kann man die greifen Junge so eine idee vielleicht kann man ja treffend mit dem bohrer die ganze zeit verletzen jetzt sind ja schwach gegen den bohrer sozusagen bohrer ich habe doch nein weg wow oh danke auf die scheiße ich jetzt mal tschüss weg ja ich muss da links jetzt noch gucken was da ist ja da brauchen wir wieder ein enter haken ja schade schade pflanzten samen und und flop weiter komm raus kleiner man leben dankeschön kann man sich hier ausruhen ne danke danke und das ist so unübersichtlich weiß nicht wo ich lang soll ah hier ah schön 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 ja hier braucht man das doch gar nicht ok hier braucht man ok hier kommt man dann wahrscheinlich komplett zurück ja ok 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 Ah, ich hab's gesehen Jawoll Hm Okay Diese Gegner sind irgendwie so lame Die stehen noch keine Schwierigkeit da Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen Kaum sage ich es, wäre ich das erste Mal von denen getroffen Hier kann man Doch, kann man Ah Brauchen wir nicht Und hier kommt man dann ganz hoch Ja Okay Okay Wie auch mal das gehen soll Mhm Oh Okay Bäm Da unten waren wir auch schon Leben, was wir nicht brauchen gerade Hallo? Dann nicht Aua Kein Grund für mich, die zu töten alle So Oben ist auch wieder nix Oh Boss Oh Das ist der Dämon Das ist Rovi Bäm Ja Ja, ja Nichts gegen einen Hasen Mit einer Faust Ui Ui Ach Nein Okay Jetzt fliegen wir wieder zurück Okay 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 Das war's. Und auch richtig gut, richtig krass Damage spusten durch den Angriff. Alter! Wenn man den zweiten einfach passieren lässt, dann... Jawoll! Schön pariert. Und tschüss. Easy. Ah, zweite Phase. Ah, nee, doch nicht, oder? Oho! Faust gegen Faust. Oho! Ist das ein Splitter? Oder ist das der Funken-Typ? Das ist Zündfunke. Geil, oh! Was auch immer der macht, immer noch keinen Greifhaken bekommen. Bekommen. Scheiße. Ah, egal. Sagte er und bekam den Greifhaken. Oder eine Peitsche, eher gesagt. Enterhaken. Ah, das ist sogar die dritte Waffe, okay. Wow! Okay, das könnte meine Favorite-Waffe sein. Ah, das funktioniert so wie, äh... Bei wem Spiel ist das denn normal? Aus Viertelblatt, Ausgabe 7. Äh... Ich glaube, Ori. Die Ori-Spieler sind so... Roboter haben vielleicht kein Herz, aber das heißt nicht, dass sie herzlos sind. Es sind die Roboter mit Herz, mit denen die Pelzheimer am schwersten zurechtkommen. Was die meisten Pelzheimer nicht wissen, ist, dass ihnen manche Roboter neutral oder freundlich gesonnen sind. Zum Beispiel haben Bergleute vor Jahrzehnten damit begonnen, Greifer einzusetzen. Damals haben sie sich für gewöhnlich durch die kurvenreichen Stollen gequetscht, indem sie sich mit ihrer Peitsche an Befestigungspunkten verankert haben. Pelzheimer, die das miterlebt haben, können sich Roboter nur schwer als Feinde vorstellen. Aber wie man so schön sagt, alles Unvorstellbare wird eintreten. So ist der Brenner-Borg eben. Hahaha. Okay. Jupp. Ähm, ja, ich gehe da auf jeden Fall runter. Weil da können wir nochmal uns lang peitschen, denke ich. Was haben wir denn da, so. Ja. Äh, okay. Ah. Wie schnell sind die? Okay, geht. So. Ich hab... Ich hab... Ah. Pff. Pff. Yes. Ritter des Nichts. Wow, macht das wenig Schaden. Okay. Ist einer hier? Oh, ja. Hm-hm-hm. 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 Ah! Ah! Nein! Da ist noch ein Samen. Den Samen wollen wir. Oder nicht? Ah! Habe ich ja gar nicht gesehen, als wir hier langgegangen sind. Okay. 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 Ey! Alter! Alter! Hey! Tja! Tja! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's schon mit der Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, checkt doch mal meine anderen Kanäle ab, hier, und überlegt euch ein Abo und ein Like da zu lassen, würde mich sehr freuen, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss! Vielen Dank!